Herzlich willkommen Leute, wir haben uns eure Kritik zu Herzen genommen, nehmen deswegen jetzt nur noch Handicaps, die uns nicht den kompletten Spaß am Leben nehmen. Stattdessen haben wir jetzt hier eine Glacier-Comp. Yay, auf geht's! Geil Spiel, Jungs! Wo rennen wir hin? Wir können in Vayne, oder? Meinst du? Ja, mit Braum, easy. Ja, hier vielleicht? Alter, mit dem Juri haben wir doch gestern erst gespielt, Tim. Ja, haben wir auch. Über den Namen fand ich doch sogar so lustig. Ja, stimmt. Ach man, was ist denn da für ein Great Gucci? Das ist ein Seilien. Ruh deinen Weg, Jungs. Ich hab grad richtig Bock auf den Capuchay noch. Wir haben einen Cleans hier, was ist das denn? Wir haben auch gar keinen CC. Ich starte übrigens Red Buff, ne? Ne. Doch. Mit Chi sind Level 1. Okay, okay, wenn wir das Game gewinnen wollen, müssen wir uns ein bisschen konzentrieren diesmal, ne? Full Fokus. Full Tryhard. Kein Free Win. Über welche Lane wollen wir spielen? Top to Board, wie sieht's aus? Keine Ahnung, ne? Ich glaub nicht so gut. Ja gut. Mid Lane, puh, sehr ähnlich. Bot Lane? Ich glaub wir können ihn töten. Ja, Bot ist auch nicht so easy. Also ab Level 6, aber dann hat der halt Ult. Also ich glaub, Bot geht auch nicht so viel. Ja, dann lass doch über Top spielen. Aber das haben wir letztes Game auch gesagt. Aber diesmal vielleicht machen wir's sogar wirklich mal. Vielleicht. Tim, kommst du noch zum Red, oder? Ne, ich wollt der Warden. Na gut. Volibear sieht ohne Skin schon scheiße aus, muss ich sagen. Fick dich. Ne. Impressive. Ta-da-da. Digga, die haben die Volibear eher geändert. Ja, kannst du jetzt Jumps damit canceln. Weiß nicht, ob du Ranga Autotec, wenn er aus dem Bus jumpt, kannst du ja glaub ich auch kennst. Kannst du, ja. Deswegen mein ich ja. Jetzt versteh ich, warum Tim nicht reagiert hat. Musst du dich ja mal durchlesen. Ja vor allem macht das 8% help, der Match, wenn ihr Dash oder sowas sind. Gott, was ist die Ehe von ihm? Dieses Vieren. Nur einmal rumschreit, einmal wahr. Boah, ich hätt echt die Kneipe mitnehmen sollen, so wie motiviert wird der, als sie an meine Qs rennt. Gucken die einfach runter, die CV hier. Na gut. Vielleicht, ob die Gegner, wenn die los sind, besser dodgen, oder ich schlechter an Skillshots werde, wenn die Gegner los sind. Sag Bescheid, wenn der Jungler irgendwas spotten willst. Will Darn eh. Echt? Warum nicht red? Hat er nicht Podzeit Start gemacht? Ja. Ne. Loll. Also siehst du, deswegen ist Tim Jungler und nicht du. Genius Boy. An 60 ruf ich dich nochmal an Tim. Jo. Ich werd bitte reingepulscht, aber ist fein, ne? Du brauchst ja keine Prio. Wo geht's auch? An Brom ist so'n langweiliger Champion. Also nochmal Bard-Zuri-Lane auf Ash Brom zu wechseln ist echt. Ich glaub in dem Match hat er schon ziemlich viel Spaß. Wir sind Glacial Combo. Wir sind broken. Wir sind sogar Glacial und, ne ne, das zählt ja eigentlich nicht, Bro. Ja, von Glacial Rush ist ja eigentlich ziemlicher Inden sogar. Schönes Eis. Schönes Eis. Schönes Eis. Schönes Eis. Deswegen bin ich Jungler und nicht du. Ruf. Ich glaub nicht, dass wir das gewinnen, ne? Komm schon. Jawolleck! Junge! Der ist gebumst. Kopf abgerutschen, Alter. Alter, Glacial Combo OP! Junge, Junge, Junge. Hast den Kaun, hast du dich auch nicht gefunden. Boah, Junge, nach so'n Badrunde, Romrunde ist echt ziemlich belastend, ey. Wieso mal auch sagen, von Zoe auf Anivia ist auch, fühlt sich auch nicht so an, als weiß ich, warum ich den mit meinen Autotext nicht freeze. Oh, der hat ja richtig Bock, ey. Mit der Slow, ne? Wenn du Bock hast? Ja. Ich hab noch ein E, wo willst du ein E haben? Genau. Oh, Renko? Oh, ja, ja, ja. Ich move. Was soll er machen? Weißt du nicht, was der machen will? Oh, schade. Schade. Boah, zerstampft, Tim. Wir wohnen wir Main, Alter. Wer ist Sir Berlin-Style? Ich bin Sir Essen-Style. Geh Acht. Geh Acht, Jungs. Nein. Oh, hey. Haben wir die Welt noch gepusht? Ich weiß nicht. Ja, klasse, gut gemacht. Kann sein, dass da hinter euch kommt oder so? Ja, die sind Base gerade. Vorsichtig, just saying. Das bestimmt ich. Hört die mal ab. Priesen die doch nicht hier, oder was? Die haben nicht TP'ed. Wenn ich da für 6 werde, werde ich einfach diese Lame boycottieren. Ich würde einfach rein pushen und gehen. Ich mache einfach das Ace-Q-Cosplay. Loll. Der wird mich nicht mal sehen, der Gegner. Wir können top ganken, Kevin. Soll ich mal TP'en? Klar. Full Focus. Ich könnte mal top ganken. Tim, nimm mal einen Hörer ab. Wo willst du ein E haben? Äh, hallo? Ja, hallo? Da oben ist er. Oh, Loll! Oh, ich bin so gut! Ganshin! Ja, aber ich habe das davor gesagt. Du hast es davor gedacht. Das ist das Ding. Ja, ich habe es davor gedacht. Gleichzeitig gepinkt. Ja, aber... Ja, okay, bei euch sah es scheiße aus. Bei mir dachte ich gerade, oh mein Gott, ich bin 1000 IQ. Gerade hier dran? Mhm. Bifi. Kann ich den zwei Blue haben? Ja, see, warte mal. Noch hast du Spaceship. Bald hat mein Weg gar kein Cooler mehr. Klar, klar. Wo ist mein Spaceship? Äh, wir sind doch gleich. Wir wollen die auslosen, Manu. Kann sein, dass er jetzt schon Bases ist. Aber wenn er jetzt immer noch nie wartet ist. Man muss sein Spaceship jetzt. Ruf auf jeden Fall mal runter, Jungs. Macht gar keinen Sinn. Wir sind fünf Glaceship. Das ist so verwasted einer. Ja, wir hätten auch Leona nehmen sollen. Komma. Ja, wir haben ein bisschen. Wir haben sie nicht. Wir haben sie nicht. Woh! Woh! Ich mein Level 6, aber dann fliegen die, er wusste aber, sag ich euch. Mitte, Top, Bot, Jungle, oben, unten. Ich mein's mal ein E-M-Fahrer. Guck mal hier hin. So, ich hab zwei E-S gerade. Naja, mach mal da. Zu spät. Naja, deswegen ist Tim Wetteln glaube ich wieder ab. Da, siehste, hab ich gespottet den Jungen. Boah, er ist schon wieder gecallt. Hilfe! Kutscher Block! Hast du keinen Bock? Schade. Hab da, hab da! Wenn er ward tappt, dann könnte er unten stellen. Ja, ich hab vielleicht 100 Leben, das ist nicht so geil. Der Ränge war top, ne? Ja. Komm Tim, da gehen wir rein. Meine Q ist jetzt hier. Gehen wir rauf, haben wir. Alter, wie langsam Polygrapher ist. Der Cleanse. Abbruch! Nichts Abbruch! Abbruch! Oh! Hier wird nicht abgebrochen. Warte mal! Wie sollt'n das funktionieren? Hab ich. Jürgen, weil wir Smurfs sind, Tim und ich. Keine Ahnung, GR8-Movement halt. Wir haben Synergy bis nach Meppen, Alter. Renko vielleicht hier? GR8. Ja, ich eh mal hin, gar kein Ding. Und lol, sah aber aus, als wär er drin. Ja, ja, ich weiß auch nicht. Das ist aber der Skin. Ich hab ja jetzt schon zwei Qs gehabt, wo ich... Ich zart drauf committet hab. Da ist nix passiert. Oh, da ist der Rango. Warte, schau, schau. Ich hab jetzt Arrow. Hat der noch Cleanse? Oh, Jolly! Ich hab Flash. Wollt der? Hast du kein Ei mehr? Äh? Ach, du hast kein Ei mehr. Nee, aber wenn ich die Q aktivieren kann, ist er halt tot. Ei, wo? Ich hab... Aber kannst du ihn bitte holen? Guck gerade. Ich hab halt noch 1er Boots nur. TP runter gleich. Warte noch auf Boots. Der ist genau hier. Na fast. Ich kann hinter die TP'n. Hast du Ult? Ja. Ich TP' auch, ich TP' auch. Ich TP' auch. Ich TP' auch. Ich TP' auch. Ich TP' auch einfach ab wahrscheinlich. Oh. Oh Junge. Aber die ist geslowt für die Sibia. Haben wir. Schön. Ganz stark. Das war Predictor. Das war Predictor. Das war Predictor. Auf den einen Assassin, der hinten im Team steht. Hier, kannst du noch zum Blue kommen, Tim? Nee. Würde ich gerne raiden. Was ist das denn hier? Ach so, die Vision Pflanze ist wieder bugged, ne? Geil. Bugs in League of Legends haben wir aber auch hier. Ei, ich hab nicht genug Mana für den Leute. Können auch Bot diven. Hey, Ringer ist da aber bei euch. Passt aus, die wir können auch hoch. Och nee. Na, das ist jetzt leider Keygangs. Wir nehmen den Top hier ab, oder wat? Ja, klar. Klar, ne? Komma. Ja. Oder hat sogar den Weg raus. Machen wir nass? Ja, ja. Erst mal beim E. Erst E. Wann auch 400, dann hab ich BF. Das nahe gehe ich hier nicht mehr Base. Ringer könnte Bot sein, ne? Und Kopf abgebissen. Ja, Ringer ist Bot. Scheiße. Hat der Old? Ja, der hat mich mit Lenker holt. Äh, hier kommt der Asier. Ach nee, der hat da... Oh, ne, der hat da... Oh, da komm ich. Ringer könnte mit dem... Was ist der Weg? Ja, pass auf. Ja, ich bin safe. Ja. Och geil. Da kann ich ja nicht aufhören, League zu spielen und nur noch eher drücken. Nicht gewollt. Alarm. Danke dir. Warten wir überhaupt mit mir Fortnite nachher zu spielen? Mit auch schon Lust? Oder Minecraft. Wann kommt Fortnite Auto Chess? Oh, ich bin immer nur alleine am Spiel, weil keiner mit mir spielen will. Echt, spielst du immer noch Minecraft? Mann. Ringer ist Botzeit, ne? Es gibt kein Spiel, wo ich mich mehr und minder bemittelt fühle inzwischen. Wenn man wieder anfängt an der Pause. Habt ihr gehört, ne? Ringer kann Bot sein. Bisschen Fokus. Ja. Den holen wir nochmal ab. Ja klar, Tim. Ich ulte ab. Warum? Nein, wie fing denn so? Weil ich einen Assist haben will. Kannst du bitte ein E machen, damit ich Ringer sehe? So ist es. Weiß ich gar nicht, ob das so ist. Doch, wenn du ihn aufdeckst mit der Spitze. Aber wenn er schon... Also wenn er schon aufdeckst, dann auch? Jaja, du musst ihn nur aufdecken mit dem Ende. Das macht actually Spaß. Kannst du mir aber bitte ein E hierhin geben, Sola? Ich muss was sehen. Na klar. Jo, mach ich. Das ist boring als Brom, ey. Dafür darf ich dem nächsten Handicap geben, wenn wir da gewinnen sollten, Kiana spielen in der Mitte. Ja, komm. Kann ich dir. Dann spiele ich aber Blitzcrank, ne? Oh. Hast du die Buffs gesehen? Jo, die sind aber halt Buffs. Ich change halt. Was haben die gechanget? Dann wird er irgendwie... Kriegt er dafür irgendwas anderes genervt, ne? Ne, oder? Er wird geroutet nach HW. Oh, really? Wait, what? Oh. Das ist ja eigentlich auch schon ein Mut fast. Pro Stack wirst du dann nach dem Auslaufen geroutet. Und deine Ult shattert quasi jetzt Schilde und entfernt Roots auf dir. Okay. Finde ich aber. Ist insgesamt schon ein zicker Buff, oder? Finde ich. Finde ich. Keine Ult, aber es ist halt geroutet danach. Ja, aber bisher ist es 90% Slot. Also das ist ja eigentlich gut. Kann ich deinen Jungle nehmen, Tim? Gönn dir, Bro. Ist richtig Season 2, ne? Man gibt dem Mittelein den Blubuff und als Belohnung nimmt er deinen ganzen Jungle. Okay. Dann musst du jetzt hier aber auch 150 CS haben in zwei Minuten. Ja. Funktioniert das ja leider nicht mehr, ne? Früher haben die Raptor noch ein bisschen mehr CS gegeben. Du, Johnny! Ja. Kannst du die Wall auch machen? Hat der Mitte cleanse? Lass mal irgendwas machen, ich schlafe hier gleich ein. Nein, lass mal reingehen hier. Tu wir nicht. Erstmal Space Shade Baiten, dann können wir was machen. Das ist noch nicht, warum der auf einmal so aggressiv ist. Weißt du was? Ich mache einfach einfach Supporter, ich roame einfach. Na gut. Der Seen roamed auch, hat auch Bock. Der Seen hat auch keinen Bock mehr außer der Lane. Schöner Sidestep. Willi ist auch ein sehr geiler Champ, muss ich sagen. Der wo kommt? Oh scheiße. Ich dachte, die diven dich. Oh, hier ist Rengar. Der Rengar will nicht snicken gehen. Guckt der doch noch rechtzeitig hin zu dir? Kommst du hier hoch zu mir? Ich bin unterwegs, ich muss rundaus noch Rengar. Oh, hier ist noch ein Rengar. Ich muss auch moving. Hört ihr mich nicht? Nee, ich weiß auch nicht. Ich hab's noch mal gesagt. Ah, keine Silly-Ultimate. Du musst nur baiten. Ja, wen hörst du mich? Ja, ich hör dich. Okay, weil ich dreimal gesagt habe, Rengar hat Ulti. Dann warst du so überrascht. Oh, hier ist Rengar. Nee. Ich sagte hier, Silly hat keine Ulti-Bate. Ja, da hast du gesagt, hier ist noch ein Rengar. Hast du als er angefangen? Jaja, als er mein Ranger war. Da hab ich dich nicht gehört. War in seinem Tunnel. In seinem Sijoani-Tunnel. Äh, Azir's Base. Können wir noch ein paar Platings irgendwo abreißen? Wollen wir in der Mitte einfach bleiben? Lass immer weg da eben kommen. Da eben den, ja. Jaja, ich hab den ersten Trick gemacht. Lash hier drüber. Ich auch. Alter, Jungs. Ich bin weggeschoben mit meinem Schil, Alter. Zur Seite. Kommt dem Rafter. Der will den Windemower. Da hinten war noch jemand versorgen. Wir wollen den Turm, ne? Platings. Ist ne Bodywehr, der muss nicht aufpassen hier. Ja, ich krieg hier Botplatings. Ja, gar nicht. Also eins. Ablädtet sie ja immer noch 30 Sekunden, ne? Ich hab ja der Ulfbrit Kevin vorhin raus. Ja, aber der sollte trotzdem jetzt wieder abziehen. Können wir bitte noch... 20 Sekunden, kriegen die noch ein weiteres Blankchen? Nicht mit Kutscher! Kutscher, die machen wir nass. Ich hab nichts, aber ja, okay. Holst du dir noch ein Dings? Alles Feed-Up-Items, die es gibt, oder? Feed-Up-Items da. Hey, ich play jetzt erstmal Herald. Der läuft gleich aus. Ja, wahrscheinlich. Ja, müssen wir alle Mitte jetzt zu viert hier, ne? Ja, der wäre fast ausgelaufen. Ah, ist okay. Halbe Minute halt und bis dahin... Muss ich bottlen gehen? Ich hab nichts ab. Ich komme. Oh shit. Ah, da wird der Assassin. Asir kommt von unten, ne? Du kannst da nicht stay in Soro. Righteous Glory, das war das, was ich gesucht hab. Oh, können wir da Asir? Achso, warum hab ich denn gar keinen Müll von Speed? What the fuck? Gewinnen Turm? Ja, ne? Na klar. Verständlicherweise ja, ja. Ja, 0-4 steht. Kill mal, kill mal hier. Ich hab noch Passive. Da ist er. Da wollt ihr aber unbedingt den Shutdown auf mir, ne? Eieiei. Alter, was... Tut die CW dir weh, oder? Was ist das ein E-DC? Na gut. Ach, so ein Bullshit, dass mein E-Interrupted wird, wenn ich Vision verliere, ne? Das ist... Muss ich doch nicht, ob auch mal zustimmendes Bullshit. Kommt doch kürzlich den Kleinen. 10 Gold geklaut. Warum ist das eigentlich grad so eindeutig? Das ist ja... Das sehen wir bald von G2. Ich glaube, es ist nur noch ne Frage der Zeit, bis G2 auch anfängt, so TFT-Cons zu spielen. Das Ringer? Das ist dann hier aber raus. Ja, ich... Hau hier noch kurz. Ah, ich dachte, der kann sharen. Aber gut, wir haben auch nur die ganzen Highlight-Dinger, ne? Naja... Die ganzen High-Level-Glade-Shields. Was willst du machen? OP, komm. Und offensichtlich hab ich Volibear schon auf Level 3. Jo, aber sowas von. Full-Item-Wild-Insensor. Du kriegst einfach neun Volibears bei einem Reward. Kannst du erst den Grub machen? Hat der cleanse, der Asien? Oh... Weiß ich nicht. Aber kannst, kannst, Ultimal. Oh, hier! Oh, der ist gedasht. Er ist gedasht, ne? Oh, hast du! Kommen wir da ran? Ich bin aufm Weg. Warte, wie schnell der ist. Der kommt Voli angerannt. Der ist der laufende CC. Ah, nee, ich bin tot, Leute, tschüss. Nee, komm hier hin, komm hier hin. Was machst du denn? Was machst du denn? Was machst du? Das ist der laufende, Mann! Der hat mich so oder so gewonnen schottet. Nee, bist du doch alle da. Natürlich, der stand doch hier. Was halten wir noch? Der war ne halbe Sekunde, hab ich fast überlebt, die Scheiße. Das war Bottler, einfach tschüss. Ich hab mich wieder allein gelassen hier, Mann. Nee, wir waren doch da. Ja, ich wär doch tot. Nee, glaub doch. Wie wär ich nicht tot? Sieh mir, wie ich nicht tot wär. Mein Q, der blockt den. Achtung, verlieben kommen alle. Der stand hier, ich stand hier, hier stand da. Da, 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 da. Die sind alle dringend. Die sind alle dringend. Die sind alle dringend raus. Da kommt so ein Roll. Sind alle gemarkt. Wirklich alle gemarkt. Wer ist Mark? Wer ist Mark? Wer ist Mark? Kann nicht irgendwer den, den das Ja töten, der da meint Eifer gewaltigt, ey. Warte mal. Ja. Alter, wie ihr Bock habt. Boah! Megal, ja! Ja! Okay, wann ist Nash? Machen wir einen 20 Minuten, Nash? Wann ist das eigentlich das Handicap-Match? Ich steh 11-1, Alter. Ich steh 0-0-7. Oh, du bist James Bond. Aber wir sind einfach 18-3 hingegangen, jetzt 11-1, what the fuck? Wie gut wir sein könnten, wenn Tim dich immer besoffen wäre, wenn wir spielen, ne? Das ist insane. Ich bin irgendwie topgepillt. Das war auf einmal so, dann war auf einmal völlig klar, dass ich das mache. Ich bin drei Minions vor allem. Na gut, ähm. Arrow ist ready, Jungs. Wir müssen dich langsam mal wieder angreifen. Ich wollte zum Blubuff. Attacke, Solar, Arrow werden. Warte, lass mich auch kurz die Blut zu Ende machen. Ähm. Äh, Renga bei mir. 2.200. Renga bei Johnny. Ja, wir sind gleich da, Johnny. Wir sind da. Wir sind quasi da. Arrow, bitte. Arrow, bitte. Arrow. Ja, warte, warte, warte. Der kommt gleich. Wo ist er? Ja, ne. Warum nicht? Ja, weil dann sehen ist. Hei, 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 hei. Jetzt weiß ich, was der Handicap ist. Danke. Die 1-3 Anivia. Ja, das ist ein schweres Game. Ah! Ich weiß ja ganz genau, was du vorhast. Hello. Can you hear me? So, was machen wir jetzt, Leute? Brauchen wir... Brauchen wir mal langsam ein bisschen Vision? Brauchen wir mal ein Gameplan jetzt hier. Vision, Vision, Vision. Kriegen wir schon, danke. Ja, Kutcher und ich hatten gerade eine kleine Meinungsverschiedenheit. Da ist ein Pink-Word. Fass, Tipp, Fass. Ne, du bist ja gar kein Hund. Ja, ich klicke kurz. Ach du, Tim ist schon wieder in seinen 5 Minuten. Wir können da... Da spielen wir, da spielen wir. Nero? Ich bin halt überhaupt nicht da. Die sind echt lowlife. Ähm, ich komme aber... Ich bin leider tot. Guck mal wie easy du das überlegt hast. Also der Asier kommt jetzt. Da kommt Asier. Oh. Ich bin da. Bin ich raus? Ah, da hatte ich meine 5 Minuten. Was soll ich sagen? Machst du das, Johnny? Machst du das? Ne. Der hat mich aber auch gebetet mit Kompfass hier für den Ward. Weiß ich nicht. Das dürfen wir nicht nochmal machen, sonst verloren. Ja, das war. Er chase mich doch jetzt hier nicht wirklich. Ja gut, back to focus, I guess, wa? Ja. Da wollte ich nur kurz Limits testen. Kann man so ein Volibearer auch mal machen. Okay, Nash ist jetzt ab. Ich würde sagen, wir gehen einfach zu fünft und negagen hier einfach. Äh, das sind doch garantiert jetzt hier, äh, Clans of Codown, oder? Bei irgendwem? Ja. Keine Ahnung. Einfach, einfach Frontline töten. Frontline töten. Das ist guter. Weiß ich nicht, was das ist denn da jetzt hier? Ja, ich gehe Finity. Ist das für die No Damage Ash, oder was? Das springen halt alle auf Ash. Oh, ja. Really? Ja, ja. Gesehen? Doch, doch. Warum bist du eigentlich im Club dämliche Ficknuggets? Dein Club. Okay, Leute, ne? Wir wollen einfach in die Gegner rein engagen. Oh, hier. Siljen, Siljen. Ich bin unterwegs. Ich bin noch nicht da. Wir können in die Aurink, kannst du ulten? Da ist ein Rengar hinter uns. Oh shit, was ist das hier? Oh, du Dinger kaputt. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Da oben, wir müssen Kevin retten. Hey, help me! Wo ist der? Jawollek! Hab dich, mein Junge. Ich hab ne Wall. Alle Markt. Aua! Stopp doch mal, wir bitte nicht Rengar. Hier ist noch ein Jorik. Der hat Bock. Pass auf Tim, pass auf Tim. Unser Bär hat auch Bock. Bär gegen Vogel. Bär gegen Vogel. Tim ist nicht gut zuvögeln, ey. Mach die Wall. Junge, kling doch die Maiden. Mach ich doch. Okay, also. Unsere Komp fällt ab. Wir müssen ein bisschen mehr mit Sola zusammen agieren. Da fehlt ein bisschen der DPS. DPS, da hab ich noch nicht so viel. DPS hab ich nicht. Ja, doch. Was soll das denn dann sein? Burst Damage oder was? Ult. Ach so. Kevin, wo ist deine Trinity Force? Ja, Trinity Force. Und wir müssen den Käfig bitte alle kaputt machen, ne? Gerade die mit Deckspeed. Ja, lass mal den draufholen. Okay. Warte. Haben wir. Können wir Nashroschen, oder? Können wir Nashroschen? Ich hab schöne Idee. Okay. Niesmal könnt ihr auch auf mich warten. Dann haben wir keinen Maugen. Ich hab Trinity. Ich würd gern nochmal base eigentlich. Mal kurz geclumped sein, damit wir mal wirklich geclumped stehen. Okay. Gerade waren wir schon nah dran. Ich komme, Kutscha. Hau ihn ins Gesicht. Ich bin da. Ich bin noch nicht da. Ah, ich will da gar nicht sein. Ich bin immer wieder scheiß, Ash. Das müsst ihr bedenken. Ich stehe beim Pink, I run. Ich stehe beim Pink, I run. Oh, die Sie wieder oben. Oh, die Sie wieder oben. Let's go, let's go, let's go. Kutscha, was ist der Plan? Da oben irgendwie. Push mit daraus. Warte da bitte noch. Ihr seid gerade hier. Dies hier noch, dies hier noch. Das hier, das hier. Ist sie auf? Shit. Hier kommt ein Sillion von unten angepasst. Können wir den auch noch? Ja. Sie sind ein Yorick, ne? Ich bin tot. Ja, bist du tot. Ich komme zu dir. Komm, ich komme. Ja, ja. Ja, wurde ich leider outplayed. Der Yorick? Ne. Ah, Yorick hat geflasht. Ich bin auf dem Weg. Ich habe gleich eine Wall. Alter, warum chasen mich diese kleinen Mistfiecher immer noch? Haben wir. Hä? Äh. What the fuck? Ich bin, ah. Du musst den aufpassen, die Wall kaputt waren. Ja. Du hast da gerade ein hartes Battle gegen die Sillion. Ja. Der kommt halt ganz oft wieder. Das ist... Ich komme von hinten in den Fight rein. Ei, ei, ei. Warum ist hier ein Turm? Scheiße. Oh, das ist so... Was warst du hier für ein dummer Kack-Champ? Der GP wäre rein. Ich habe gleich wieder Arrow. Ich habe gleich wieder Arrow. Shit. Ihr könnt zu viel kiten, Alter. Ich kann nichts mehr machen. Ich bin useless. 5 Arrow, 5 Arrow. Oh, warum kann ich denn meinen Schwein ziehen? Stark, Sola. Stark. Jetzt machen wir das. Jetzt haben wir das. Hier, nimm den, nimm den. Hier. Oh Mann, ey. Warum? Ich komme okay, wenn ich komme. Ja, wenn ich auf den gehe, bin ich doch auch tot. Nee, du musst rechts neben mir bleiben. Wenn rechts, dann pickst mich der Asi doch genauso kaputt. Jetzt. Wir kommen Arsch mit uns. Oh. Oh. Hier, du läufst hier einfach mit mir nach rechts. Und dann schießt du gar nicht. Ja, dann steht der Asi doch trotzdem hier. Dann bin ich hier. Und dann, wir tösten ja den hier währenddessen. Hier und da und hier und. Aber da und hier. Der braucht drei Autotext, ich bin nicht tot. Aber da und hier. Ja, meinst du, das war der optimale Play, oder was? Die kiten nicht zu viel. Ich habe es halt versucht. Das hat nicht funktioniert. Ich komme nicht an die Gegner. Das war die schlechteste Möglichkeit. Komm, wir haben doch gleich Flash auf Uli wieder. Ja, ich glaube, das war eine Lose-Lose-Möglichkeit. Ich glaube, wir haben doch jetzt gleich wieder Flash auf Uli. Dann haben wir den Fight. Einfach mal gegroupt stehen. Ja, da war in der Siebel. Der hat einfach immer vom Ringer geultet und hat keinen Backup. Ja, aber wenn wir auf die Siebel callen oben. Dann kannst du ja auch TP nach oben. Ich werde keinen TP. Und den Tyrant. Ja, das hätte ich machen können. Aber ich glaube, der kann mich auch dauern. Ich hätte wirklich nicht trauen. Nee, ich glaube, der Ivan kann mich nicht. Du kannst zumindest die Midlane Wave nicht mehr alleine annehmen. Das sollte ja ich machen. Darauf können wir uns ja eingehen. Oh, weiß ich jetzt nicht, was da klar. Das geht sowas. Wenn das noch gewinnen, Leute. Dann haben wir für Catches gehen hier. Immer mit der gemeinsam rauspushen. Hier ist ein Team. Wir können auch gut siege'n. Ich habe ein Same Poke. Die gehen rund um den Mesh. In Position. Ja. Ich glaube, ich splittet jetzt, was nochmal da ging. Nix. Byron Geith. Sehr gut. Ich würde fighten sagen. Da, 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 da. Da, da, da. Ein bisschen pushy, die Jungs, ne? Irgendwo ein Ringer wieder, weiß ich doch. Schon mal gut, dass das weiß. Ich fange an. Topso? Boah, ich weiß nicht. Wollen wir noch Top zusammen rauspushen? Ne, 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 die sind hier, die sind hier. Wollen wir zu geilen Engage. Auf den, auf den, auf den. Ja, ja, ja. Okay, Pinkwots deleten. Mitte, wir brauchen Mitte Prio. Guys. Komme. Pinkwot? Nicht da, Tim. Oh, ist Bello aus. Okay, 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 okay. Lass einfach Mitte hart rein. Uh. Yorick. Yorick. Escharo. Klasse. Ja. Wir haben leider nicht Asi getroffen. Hier ist so ein Ringer bei mir. Ja, das ist nicht so gut. Ach. Schade. Asir? Das war's. Haben wir probiert. Ihr scheiß Trolls, Mann. Ich hab hier reingetrollt. Passiert schon mal. Asi hat ein bisschen Aura gemacht. Da waren wir nah dran. Dagegames in deiner Gewinn wär ja auch langweilig. Ganz stimmt. Mann, ich werd einfach zurückgehalten in meiner Glacial-Kombo. Ja, was soll ich sagen. Stanz kam nicht durch, was soll man sagen. Einfach einen G-Luck. Anlang. Wurdebar. Wie kann man Volibear OTPen? Early ist es ja echt noch ganz lustig, aber später wirst du nur, keine Ahnung, wie ein Dodgeballen, Alter. Ja, aber die Gegner hatten auch Sivir, Siljen, Yorick, Asi. Also, ich glaube, das ist doch keine Comp, gegen die du Asi, äh, gegen den Volibear picken willst. Das hat echt keinen Spaß gemacht später. Ja, das stimmt für. 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 Ja.